ein herzliches willkommen einen wunderschönen juten abend juten tag und jute nacht bei der nächsten folge von fast guy und wie ich in der letzten folge bereits sagte brauchen wir kupfer um einen ofen zu bauen und kupfer haben wir moment herzlich wenig um genau zu sein gar nichts und jetzt schauen wir mal weil hier ist noch irgendwie so ein roboter oh ich leide hunger und ich habe nicht viel ich hätte mal am anfang von dem spiel ein bisschen mehr scheiße so tief komme ich nicht so tief schaffe ich es nicht verdammt ok zu dem roboter komme ich vorerst nicht hier oben muss der noch irgendwo kupfer geben kommt schon hoch so einsprung können wir gleich hallo manta und weiter hoch kommen schon wir brauchen jetzt dringend kupfer bevor wir hier verhungern und ich möchte die kartoffeln gerne naja kochen kommen eine essen wir mal wie viel bringt das minus sechs scheiße kommen da haben wir noch eine truhe die truhe die schnappen wir uns mal flott bitte lasst da kupfer drin sein zwei tun haben wir da und es ist noch mitten in der nacht auch hier haben wir noch münzen brauchen wozu brauchen wir jetzt münzen na gut nehme ich natürlich mit warum nicht so und da ist noch eine truhe bitte lass da kupfer drin sein bitte 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 nein natürlich ist kein kupfer drin ach shit ich brauche doch kupfer hier ist noch eine truhe lass da bitte kupfer drin sein so und keine bösen fischis mit meinem hunger komme ich im moment noch hin gold ich brauche kein gold kupfer ist das was ich brauche freunde aber hier ist nirgendwo kupfer da ist dreck dreck brauche ich nicht ich hab noch anderthalb minuten muss ich zurück zu meiner basis vielleicht sollte ich mir erst mal neuen helmen bauen aber dazu brauche ich glaube ich auch kupfer und ich glaube essen ist erst mal wichtiger als neuer helm so diese tour noch und dann muss ich mal langsam zurück zu meiner basis ist nur eine kleine truhe aber da ist kupfer drin kupfer so jetzt ganz schnell zurück zur basis und dann wird ein herd gebaut ach das ist ein schiff das ist gar kein u-boot das ist ein schiff ein richtiges schiff schick ich dachte immer das wären wären u-boot ja ich kann gerade nicht ohne scheißen hammerhai geh bloß weg und oben sind wir auch gott das ist aber auch hier eine karte euch leidehunger ich muss ganz dringend kochen und luft wird auch knapp ich habe noch 49 sekunden komm du schaffst das du schaffst das denn es ist jetzt nicht nathan der hier unter wasser ist diesmal bin ich das der janu ist unter wasser ich spiele mich selbst so und rein kommen schon 90 prozent hunger jetzt kannst du dir schnell mal einen ofen bauen so da oben kommst du her so du wirst sofort gebaut hier drinnen eventuell ach ja brauchst du direkt hier oder nee nee den baum war auch hier komm warum war hier in der ecke und jetzt wird ganz emsig kohle ich habe keine kohle oh freunde das geht doch nicht jetzt muss ich die kartoffeln tatsächlich so essen so ein mist na denn es halt so jetzt meine kartoffeln weg dann muss ich jetzt tatsächlich neue ich kann keine neuen kartoffeln pflanzen ich bin auch verdämlich aber das war alles nicht gut durchdacht dann kann ich erstmal nur karotten machen so ein mist aber karotten sind ja schon mal besser als nix hier zack zack gut dann muss ich mich auch mal darum kümmern jetzt irgendwie ein paar fische kalt zu machen das lief alles nicht so wie es sollte okay fisch ist ich muss euch leider töten so leiten wo sind denn die kleinen komm her du ja es ist fleisch ich brauche das fleisch kommt hier ein hai natürlich kommt da ein hai ein hai riecht blut nein oh gott oh fuck okay ich muss zurück ganz schnell zurück so die dinger muss ich gleich auch mal absäbeln damit ich mir oh gott oh gott scheiße wo kriege ich denn jetzt kohle her ah ne hier ist ein hai oh miss das war nicht gut durchdacht was kriege ich denn wenn ich die jetzt roh esse vier wo kriege ich kohle her ich habe völlig vergessen dass ich kohle brauche das ärgert mich gerade verdammt nach links und rechts mache ich auch noch räume denn später verdammter mist so hier bauen wir erstmal noch fenster rein so ja passt erstmal so ja aber wo kriege ich jetzt kohle her kohle ist jetzt wichtig so von da nicht da da ist kohle ich sehe kohle oh gott kohle bitte 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 hauptsache das ist jetzt nicht nur stein ich brauche jetzt wirklich kohle die kohle ist mir wichtig so dati nehme ich auch mal mit das kann ich benutzen um bandagen zu schnitzen so und hier lass jetzt kohle sein da grabe ich mir aber erstmal ordentlichen wolf ja das ist kohle ich freue mich jetzt sind sie sind so die ganzen sachen die du vorher eigentlich alle schon so beieinander gehabt hattest darum ist es alles nicht so einfach an die ganzen sachen wieder zu denken vielleicht sollte ich mir mal irgendwann so ein overpower drill so einen hochgetakteten ne so einen so einen übertakteten bohrer kofen oder bauen so reicht das dann kohle ja 500 ach komm machen wir die 30 voll hm 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 so jetzt dürfen wir 30 haben und jetzt geht's zurück zur basis und da wird jetzt erstmal emsig gekocht kartoffeln habe ich jetzt natürlich keine mehr das war reichlich blöd von mir die zu essen dümmer hätte ich eigentlich gar nicht sein können aber wir haben ja karotten karotten sind ja auch schön so und jetzt kohle rein fisch rein sehr schön komm dann holen wir uns auch mal einen verdammten heifisch so den scheiß brauche ich nicht nein na fuck das wollte ich nicht wegschmeißen ich bin so doof hab das falsche wollte eigentlich den stein wegschmeißen aber letztendlich habe ich die hapune weggeschmissen so wo ist mein extractor da ich hoffe du hast noch genug eisen oh ich muss essen sehe ich gerade wo ist mein ofen da ist wenigstens auch fertig minus 15 sehr schön komm isste so geht es mir gleich besser ich brauche aber noch mehr fisch das reicht nicht so Freunde es tut mir leid ich töte euch nur äußerst ungern aber was sein muss muss sein ich muss ja schließlich überleben und da kommt dann auch gleich wieder ein böser Fischi und attackiert mich verdammt das ist doch scheiße ja töten oder getötet werden Freunde so jetzt nochmal hapune so und du kommst jetzt weg du kommst hierher das kommt in Ofen später später nicht sofort so denn equip so und jetzt gehen wir auf Jagd mal gucken wie viel sie vertragen so wo sind die bösen Fische pass mal auf ich mach erstmal wieder normale Fische kapott denn ah hier da den schnappen wir uns der bringt hoffentlich genug na hab ich dich getroffen hab ich verfehlt verdammt komm ich hab noch elf Schuss komm da und hab ihn getroffen er lebt noch hab ihn getroffen lebt immer noch komm zum Papa wow Mann der hält aber was aus ich wär dir dankbar wenn du jetzt einfach mal sterben würdest ja wunderschön ich hab ihn erlegt und Sharkmeat sehr schön der hält aber echt was aus dann müsste ich denn noch ein paar mehr Speere machen weil sonst bin ich echt des Todes so packen wir mal gleich in den Ofen so das gibt schon mal minus 10 ungekocht das ist schon mal schick so pro ah ok ist ist das pro Kochgang ja pro Kochgang ok minus 50 Sharkmeat sehr schön das wird mir helfen in nächster Zeit ein bisschen über die Runden zu kommen jetzt mach ich mich mal weiter auf die Suche nach Materialien so aber das den Fisch hier nehme ich auch noch mit Gott sei Dank ist der schnell gekocht so kann ich noch was kochen das hier brauche ich um Bandagen zu machen nehme ich mir auch noch Bandagen mit denk mal schaden kann es nicht oder ja komm nehmen wir mal ein paar zwei Stück sollten reichen so und jetzt geht's ab ich bräuchte vielleicht eventuell noch ein paar Harpunen Pfeile hier nehmen wir mal die hier Stunning nee Copper nee er macht 5 3 Critical Hit ok nehmen wir mal mit Eisen können wir uns genug besorgen nehmen wir die so Equip nee machen wir erstmal die anderen leer so und jetzt begeben wir uns ein bisschen auf Jagd da hinten ist ein Gold das Gold holen wir uns aber da geht das so tief runter und ich kann nicht so tief so wir essen erstmal die normalen Fisch so da sind wir erstmal versorgt und jetzt mal gucken was wir noch so finden in den Tiefen des Ozeans ein Wal und noch ein Hammerhai der Hammerhai kann mich aber mal am Arsch lecken ich könnte ihn natürlich anlocken und hier die Fische tot machen aber das lass ich mal bleiben gucken was wir jetzt hier noch finden also nicht viel los gerade einen neuen Helm bräuchte ich eventuell damit ich ein bisschen tiefer komme ja komm bauen wir uns einen neuen Helm ich weiß zwar nicht was wir uns was wir für den neuen Helm brauchen aber sehen wir dann die Basis muss natürlich weiter ausgebaut werden das ist ganz wichtig so wo geht es zu meiner neuen Basis ich komme so nicht klar was Orientierung angeht das ist nicht mein Steckenpferd aber ich gebe dir noch mein Bestes was ist eigentlich das für ein Vieh ist das eine Moräne oder irgendwie sowas ich würde ja einfach mal gerne ein bisschen tiefer runter wir bauen uns jetzt einen Helm und schauen wir mal ob wir denn tiefer runter kommen ich will erstmal hier ein bisschen noch mal Eisen aus meinem Extractor zusammen sammeln und dann liebe Freunde geht es ab nach unten we going down under ich freue mich so mal gucken ich glaube aber ich brauche Kupfer für den Helm oder es muss ja jetzt erstmal nicht so ein Hightech Helm sein sondern nur so ein bisschen hier guck mal damit komme ich schon auf 250 runter hierzu bräuchte ich hierzu dazu bräuchte ich Kupfer okay dann erstmal hier den Eisenhelm damit komme ich schon mal ganz tief und ganz tief ist gut so wo ist er denn da andere Seite so irgendwo hier nee da da gehen wir jetzt runter todesmutig wie wir sind gehen wir da runter oh wir fallen vielleicht finden wir dann auch noch eine neue Basis die ich denn reparieren könnte für eventuell weil wo so ein Ding ist ist auch meist irgendwie eine Basis na hier ist es jetzt natürlich zappendußer und die haben ein bisschen Kupfer komm nimm mal Kupfer mit sehr schön give me the Kupfer please das ist aber eine Menge Kupfer was ist das ist das normale eine normale Felswand was sind das für Fische Leuchtfische so oh da ist was böses da ist was böses das ist ganz schlecht was ist das denn noch ist das eine Felswand also haben wir genug Kupfer na komm 30 machen wir voll wenn wir schon mal hier sind machen wir die 30 voll haben wir 30 ne 4 müssen wir noch 1 2 3 4 so jetzt warte mal dazu brauche ich noch was anderes dazu brauche ich diese Leuchtsphären ne oh hab Energiespheres ok hallo folgst du mir bitte und hilfst du mir das wäre super so noch tiefer komme ich jetzt nicht unbedingt oder ok den habe ich schon mal bei mir so war das jetzt nicht schon wieder verdammt ja quallen sind Arschlöcher aber wir haben Kupfer damit können wir schon mal einiges reißen siehst du und da hilft mir schon mein kleines süßes Ding so dieser Laternenfisch ist böse ich rüste mich mal mit meiner Harpune so da hinten ist was gelandet von Jellyfisches kriege ich doch auch was ne oh verdammt ich muss zurück zu meiner Basis ich hoffe ich komme noch rechtzeitig hoch ok dann geht es jetzt ab zurück geht es hier lang ja oh was greift mich denn da jetzt an ah verdammt der will mich arschen der Drecksack ich hab doch keine Zeit hör auf um Gottes Willen jetzt wird es doch echt ein bisschen eng so hier muss ich hoch ja oh scheiße scheiße Luft wird knapp Energie wird knapp essen muss ich ess das komm schon schneller ich vermisse meinen Rotor oh Freunde es wird eng na scheiße nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben oh Gott ich lebe ich lebe ich lebe oh da ist mir grad so ein bisschen die Düse gegangen das wäre fast schief gegangen oh Gott Himmelherrschaftszeiten dafür wird jetzt erstmal Jelly gekocht ne das kann nicht gekocht werden schade aber der Andelfisch der kann gekocht werden ich bin fertig ich bin fix und alle für sowas bin ich nicht gemacht Freunde für sowas bin ich definitiv nicht gemacht das war es erstmal ich hoffe ihr seid dabei in der nächsten Folge von Fast Guy im Sandbox Modus ich bin fix und alle ich sag mal bis zum nächsten Mal mir hat es gefallen ich hoffe euch hat es auch gefallen und oh Gott Ciao gut ich bin fix ich kann ich bin fix dass du ich bin fix das war